Hallo, wir sind es wieder von Genou, Ute und Nicole. Viele von euch kennen vielleicht schon unsere Cardigan Easy Peasy. Für alle, die es nicht kennen, den Link findet ihr hier in dem i. Aber Ute hat das jetzt irgendwie nochmal aufs nächste Level gebracht. Der Cardigan Easy Peasy, der hatte ja gar kein Schnittmuster, bestand eigentlich nur aus geraden Stücken. Ich habe jetzt da noch ein bisschen was verändert dran und habe ein Schnittmuster gemacht. Und zwar hat dieser Cardigan jetzt einen Schalkragen. Man kann das jetzt hier, das Vorderteil, da wird der Kragen dann so an das Rückenteil angenäht. Und das Rückenteil ist wieder nur ein Rechteck. Die Blende ist auch nur ein Rechteck. Und dann habe ich da noch diesen Ärmel. Das Schnittmuster habe ich gemacht für Größe 36 bis 46. Sind immer Doppelgrößen und ist eigentlich ganz einfach zu nähen. Als Verschluss habe ich hier diese Druckknöpfe angebracht. Die sind ja zur Zeit ziemlich in Mode. Ich habe die Teile jetzt schon mal zugeschnitten. Das ist der Taschenbeutel. Der wird ja so umgeknickt. Also so soll das dann später sein. Zwar mal den Ärmel im Stoffbruch. Einmal die Blende. Die hat hier oben den Stoffbruch. Also man sieht, sie sind ganz einfache Teile. Meist viereckig, also rechteckig. Und die kann jeder zuschneiden. Das ist das Rückenteil. Das hat den Stoffbruch hier hinten. Und zweimal das Vorderteil mit der angeschnittenen Blende. Ich habe eine Nahtzugabe von 1,5 cm gemacht. Ich werde jetzt alle innenliegenden Nähte, also wie zum Beispiel jetzt, wenn ich die Tasche hier absteppe, mit einem 3-fachen Geradstich nähen. Und alle außenliegenden Nähte, also Kanten, wie jetzt zum Beispiel hier die Schulternaht, werde ich mit der Overlock nähen. Die kann man natürlich auch mit einem 3-fachen Geradstich nähen. Und der Stoff, der franzt ja nicht aus. Man muss ihn eigentlich gar nicht versäubern. Ich beginne jetzt damit, die Schulternähte zu schließen. Die Blende hier, dieses Stück, das bleibt offen. Also ich beginne hier zu nähen und hier. Bis hier auf beiden Seiten. Das sind jetzt die Schulternähte. Und ich habe jetzt auch gleich die angeschnittene Halsblende am Vorderteil geschlossen. Und die wird jetzt in Fortsetzung der Schulternähte an das Rückenteil angenäht. Hier entsteht ja dann diese Lücke und das wird jetzt so geschlossen. Hier kann ich jetzt euch nochmal zeigen, wie der Halsausschnitt aussieht. Also hier ist die Schulternaht, dann kommt der rückwärtige Halsausschnitt und hier wieder die Schulternaht. Hier ist jetzt der Kragen so dran. Wenn es gefällt, kann es einfach so lassen. Das Fäckchen muss man noch ein bisschen versorgen. Ich ziehe es immer so ein bisschen nach innen, dass es nicht aufgeht. Wenn man einen anderen Stich macht, einen 3-fachen Geradstich, etwas oder einen anderen elastischen Stich, dann kann man ja sowieso das ein bisschen besser vernähen, was hier bei der Overlock nicht so gut geht. Wir werden jetzt als nächstes die Ärmel einsetzen. Ich habe jetzt hier die Schulternaht, rechte Seite nach oben. Den Ärmel, ich wollte es nochmal zeigen. Hier ist ja die Kante vom Schnittmuster. Und ab hier bin ich dann nochmal etwas breiter wieder geworden, damit wenn ich das so umschlage, damit es mit dieser Kante dann abdeckt. Also man sieht es jetzt vielleicht, hier wird es schmal und hier wird es wieder etwas breiter. Ich habe mir die Mitte markiert, also den Stoffbruch, den wir ja vorhin geschnitten haben. Lass das mal lieber drin. Und jetzt lege ich rechts auf rechts den Mittelpunkt, also den Stoffbruchpunkt genau auf die Schulternaht. Dann stecke ich es mir fest und nähe einfach den Ärmel so an. So, mittlerweile sieht das gute Stück schon richtig nach einer Jacke aus. Wir haben jetzt diese Nähte ja noch offen. Die schließen wir in einem Arbeitsgang. Ich stecke das, natürlich muss ich es erst noch umdrehen, das liegt jetzt rechts, ich nähe es ja von rechts auf rechts. Von diesem Achselpunkt her stecke ich das nach vorne und nach unten, dass diese Naht auf jeden Fall übereinstimmt. Hier oben kann ich jetzt nochmal ein bisschen zeigen, der Kraken, der wird ja noch verblendet, aber ich möchte erst die eigentliche Form haben, damit ich nochmal die Länge überprüfen kann, bevor ich da in die Feinheiten gehe. Bevor ich die Strickjacke jetzt umdrehe, wollte ich euch nochmal die Nähte zeigen. Also dieses ist bei mir eine Naht, da geht komplett alles zu an der Seite. Und von rechts bin ich auch sehr zufrieden. Ich liebe ja die Overlocknähmaschine. Ich würde ja um nichts in der Welt wieder hergeben. Ihr guckt jetzt einen Faden raus, den habe ich jetzt aus Versehen da mitgenommen. Dann schneide ich einfach ab. So, ich werde jetzt nochmal die Längen von Ärmel und der Strickjacke selbst überprüfen. Dazu ziehe ich es mal an und gucke, lege mal alles aufeinander, die Seitenlänge. Hier zum Beispiel sehe ich, dass es nicht alles gleich lang ist. Da werde ich nochmal mit der Schere rangehen, die Achselpunkte genau aufeinanderlegen und dann nochmal hier alles begradigen, bevor wir dann unten versäubern. In diesem unteren Bereich habe ich alles abgekettelt mit der Overlock, weil mir das Material zum Umnähen ein bisschen zu dick war. Genauso habe ich es gemacht bei dem Ärmelaufschlag. Ich glaube, ich nähe ihn jetzt gar nicht fest, weil das eigentlich so gut hält und so ist man noch ein bisschen flexibel. Auch die Blende, die habe ich jetzt schon mal angesteckt, habe die Länge nochmal überprüft und habe die auch auf die Länge jetzt hier abgekettet. Ich werde sie jetzt einfach so annähen, wie sie ist. Also normalerweise würde man ja diese Seite nach oben nehmen, aber ich möchte gern die kuschelige Seite nach oben haben und deswegen werde ich die jetzt komplett so annähen und beim Annähen werde ich diese Fäden so ein bisschen nach innen nehmen. dass sie nicht mehr so dagegen drum hängen und den dann noch vernähen. Ich mache zwei Nähte, so habe ich dann auch eine Knopfleiste. Einmal außen die eigentliche Naht und dann nochmal im Abstand von etwa 2,5 cm eine weitere Naht. Wenn ihr das Schnittmuster haben wollt, das findet ihr hier unter dem i in unserem Schnittmuster-Shop. Oder zum Blogbeitrag, das findet ihr auch unter dem i. Ich habe da noch ein bisschen Text geschrieben, wie ich es genäht habe. Nicola hat noch ein paar Fotos gemacht. Ja, da seht ihr auch noch ein bisschen die Details der Jacke und auch ein paar Bilder noch von Ude, wie sie sie anhat. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, klickt auch dann mal auf das i, da findet ihr immer den Link zum Newsletter und zur Newsletter-Anmeldung und dann könnt ihr euch den Newsletter bestellen, dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn es mal von uns wieder was Neues gibt. Gleiches gilt für unsere App, die ist kostenlos, auch die findet ihr unter dem i und bekommt eine Push-Meldung, wenn wir was Neues veröffentlichen. Wir würden uns auch über einen Kommentar von euch freuen und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!